Norddeutscher Rundfunk 2021 Aktuell ist der Stand zwischen Vladi und mir ... Na ja, wie ist der Stand? Das weiß ich selber nicht. Lass mich mal kurz nachdenken. Der K. sieht ganz gut aus bei euch, oder? Boah, also für mich ist Geist grad gut, ja. Na ja, also wir haben uns zwar gestern geküsst, aber ich hab halt gesagt, ich werd jetzt nicht mit dir die Nacht verbringen direkt. Weil er denkt sich dann, okay, jetzt hab ich's geschafft. Es wird jetzt eh wieder was, und er wär sich dann halt zu sicher. Also, der Maurice ist zu mir gekommen. Wer? Maurice. Ja, und hat mir gesagt, dass ihr gestern Abend voll gekuschelt habt und dass er so deine Brüste massiert hat. Ich hab gestern ... Sag doch! Was hast du? Schaff deine Minute. Ja, der ist halt mal drüber gekommen. Wow. Übertreibt doch alle nicht die Lage. Ja, safe. Vladi wird sich ja dann auch verarscht vorkommen, wenn er denkt, okay, die küsst mich erst. Und dann hört er noch so eine Story. Das tat mir halt auch für ihn leid. Nee, voll das so mit Thema, fuck mich grad auch ein bisschen ab. Und ich wollte jetzt auch nicht mit dir direkt darüber reden, aber nervt mich trotzdem. Weil Maudis behauptet hätte, er hätte heute Nacht meine Titten massiert. Aber ich hab das noch nicht wahrgenommen. Ich hab mit dem gekuschelt, ja. Nicht so wahrgenommen oder war nicht so? Na, er hat halt gestreichelt und alles. Kann schon sein, dass er da mal drüber ist. Aber wenn du mal irgendwas berührst und das aber ... Und das aber aktiv da rummassiert, ist ja ein Unterschied. Komisch ist es bitte, du. Wir küssen uns. Und ich fenn dann mit ihm im Bett, ich weiß. Und dann hör ich schon mal die Tittengeschichten. Das witzig ist, das weiß ich nicht so. Aber weißt du, was für ein Stand ehrlich nach gestern war? Ich glaub, das war auch nicht so öffentlich, dass du willst, woran er ist. Ich weiß nicht. Ich rauch kurz eine. Ja, er hat ja ganz gechillt reagiert. Jetzt macht hier keiner Party mit mir, oder was? Auch für dich schwierig zu hören, gell? Ich will es gar nicht hören eigentlich. Ich weiß. Ich bin Mord sauer. Ich weiß nicht, ob ich sauer auf sie sein soll. Auf ihn. Klar bin ich sauer. Digga, was ist das für Aktionen hier mit Titten und so einem Geschmarrig? Ich weiß auch gerade ehrlich nicht, was ich machen soll, was ich tun soll. Was machst du jetzt am besten? Was ist der nächste Schritt? Was ist der nächste Schritt? Keine Ahnung, wenn ich mich fragen würde. Ich weiß es nicht. Ich glaube nur, wenn sie so unter Druck ist, wird sie dann entscheiden. Das ist richtig alles ein bisschen zu viel.